Ich bin Leon Duprani, ich bin 14 Jahre alt, bin Außenverteidiger für den SV Ulm. Mein bisheriger Verein war der FV Ravensburg. Mein Vorbild ist Alphonso Davies und in FIFA nehme ich den FC Barcelona. Meine persönlichen Ziele sind es, mich weiterzuentwickeln und Profi zu werden. Mit der Mannschaft will ich auf die Regionalliga aufsteigen.